Ich bin der Erik Schmidt, Referent für das Thema, Fragebogen für die Kandidaten, LPD, BPT, also Bundestagswahl, Landtagswahl. Und ich bin einfach so auf den Gedanken gekommen und habe dann durch Feedback erfahren, dass so etwas schon mal gemacht worden ist. Und da gibt es eine Liste, die wir leider noch nicht technisch auf den BIMA bekommen. Wir bräuchten einen Protokollanten, der vielleicht das auf den BIMA bekommt, weil wenn wir da nicht irgendwie arbeiten können, dass wir das festhalten. Und ich selbst kam darauf, dass ich einfach sagte, was möchte ich den Kandidaten stellen? So kann das im Vorfeld abgearbeitet werden. Und das dreht sich auch darum, Direktkandidaten, Landtagskandidaten. Wir hatten jetzt im Wahlkampfstrategie-Slot auch ganz interessante Themen, die auch dazu führen, dass man Kandidaten fragen kann, ob sie als Kopf abgebildet werden wollen auf dem Plakat. Das wären dann auch so Fragen, die man ja an die Kandidaten stellen kann, je nachdem LPD, also Landtagswahlkampf. So, das wäre es eigentlich. Und jetzt bräuchten wir nur noch einen Protokollant. Oh, das geht? Wir sind schon ziemlich nah dran. Wenn wir da saßen, was PED ist. PED nochmal durchgeben, bitte. Ja, das PED ist zu finden unter piratenpad.de Slash p Slash Kandidatenfragen Unterstrich 2012 12-11 Scherb 12-11 Ach, scheiße. Scherb 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 Kannst du mal den Link sagen, bitte? Piratenpatch.de slash p Kandidatenfragen unterstrich 2012 11 Oder streamgucken, da hast du es eingeblendet. Du hast das schon rüberkopiert. Das ist das richtige Schriegelung? Nee, Kandidaten, da fehlt ein T Nee, ein D Kandidaten, da fehlt ein D Warte Nee Die Datenfragen davor Die Datenfragen Stopp, stopp Kandidatenfragen So, und wenn man jetzt runterscrollt Hinter dem dritten Punkt Fragen und Anregungen dazu Das sind die Das Resultat vom Campus vom 22.04. Das war dein Vortrag davon Und Da kann man die Punkte gerne mal durchgehen Die können wir zusammen durchgehen und dann Ergänzungen Was wir ändern möchten Und so weiter Ja 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 Ich habe erstmal jetzt eine generelle Frage zu diesem Kandidatenfragebogen Ich meine, es ist zwar schön und gut Jetzt die Fragen einzeln durchzugehen Zu ändern, zu ergänzen Aber in welcher Art und Weise sollen denn diese Fragen an die Kandidaten formuliert werden Sind das Fragen, die vorab schriftlich eingereicht werden Die Kandidaten dann im Text beantworten Sollen das Fragen sein für einen Fragenpool, den wir bei den Ausstimmungsversammlungen dann nutzen Aber wozu sollen denn diese Fragen eigentlich genutzt werden Also in früheren Diskussionen dazu Vor allem auf das bezogen, was Henning Halfpipe da schon mal bereitgestellt hatte Kann ich mich erinnern, dass gesagt wurde Und es war einfach nur ein Vorschlag Dass das ein Kandidatenfragebogen sein soll Der von den Kandidaten mit ihrer Kandidatur auszufüllen ist So ist meine Erinnerung Nein, Demenz nicht Du hast das schon völlig richtig wiedergegeben Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das machen kann Ich erinnere da zum Beispiel an die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen war es glaube ich Die haben das Ganze im Wiki öffentlich gemacht Das heißt, es gab dort eine extra Seite für Kandidatenfragen Und jeder Kandidat war aufgefordert Diese Fragen für sich zu beantworten Jeder konnte natürlich auch Fragen einbringen Also da war der Modus so Dass man eine Frage hinzufügen konnte Also jeder, der eine Frage an die Kandidaten überhaupt stellen wollte In dieser Frage war dann zum Beispiel auch mit dem Feld vorhanden Kandidierst du selber? Ja, nein Und wenn man dort Ja angekreuzt hat Dann wurde von dem Fragesteller zum Beispiel auch erwartet Dass er die Frage für sich selbst mindestens mit beantwortet Und dort konnten sich dann halt die Kandidaten Sich diese Fragen durchlesen Und dann eben auf freiwilliger Basis Sich entscheiden Diese Frage möchte ich beantworten Diese Frage möchte ich nicht beantworten Der Punkt ist halt Dass sich die potenziellen Wähler Auf den Aufstellungsversammlungen Eben über diese Fragen Dann ein Bild über die Kandidaten machen konnten Und da ist das Bild natürlich Umso besser, je mehr Fragen man beantwortet hat Also das war so der Modus Wie sie es in Nordrhein-Westfalen gemacht haben Ich glaube in Bayern haben sie es ähnlich Man kann natürlich diese Fragen dann auch nutzen Nachbestimmungsversammlung Oder die Leute tatsächlich direkt fragen Hier, pass auf Was hältst du davon? Wie stehst du dazu? Das hast du nicht beantwortet Das müsste ich aber gerne vorstelle Zum Beispiel Ich hätte zwei Fragen Das eine Dass wir einen Kandidatenfragenbogen machen wollen Das ist Konsens, oder? Oder nicht? Also kann man hier mal ganz kurz ein Meinungsbild einholen Also damit wir nicht anfangen Hier im Grunde Pro oder Contra zu diskutieren Weil dann hätten wir nämlich schon mal Ne, 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 das hat nichts mit dir zu tun Achso Okay Ja, oder Ja, also mal ein kurzes Meinungsbild Gibt es jemanden, der ein Problem mit einem Fragebogen hat Vorher Also mit der Einreichung zur Kandidatur Gut Ne, das ist prima Weil ich nämlich auch der Meinung bin Dass die Dass die Dass so eine Also eine möglichst gute Kenntnis Des oder der Kandidatin Im Vorfeld dazu führt Dass man einfach auch ein Großes oder ein besseres Vertrauensverhältnis zu der Person dann auch bekommt Weil das ist ja das Was wir jetzt immer wieder auch in Diskussionen Erlebt Dass ja So ein bisschen mit Misstrauen argumentiert wird Ja, man kann jemanden nicht unbedingt Einschätzen Und so weiter und so fort Und von daher glaube ich Wäre jeder gut beraten Möglichst Ja Viel Von sich Jemandem zu zeigen Das geht nicht um irgendwie Sich nackig machen jetzt im bildlichen Sinne Sondern mehr im Sinne von Bereit sein Jemanden Einen kennenlernen zu können Und wenn man das Nämlich nur auf der Also Aufstellungsversammlung nachher hat Dann gibt es ewige Diskussionen Und Fragerunden Und das Also um das Ganze auch Für alle ein bisschen effizienter zu machen Also das soll Nicht alle Anfragen wegwischen Aber Ich glaube umso besser man im Vorfeld Sich informieren kann Umso besser Ist nachher auch das Bild von jemandem Und dann gibt es weniger Diskussionen Was jetzt genau ist transparent Also das ist nämlich genau der Punkt Den ich nicht meinte Ja, dass man nämlich die Leute Gläsern macht Also ich glaube wir brauchen doch einen anderen Protokollanten Der will hier irgendwie nicht so richtig Aber das ist eine andere Sache Im Zuge der PG-Wahlen Wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben Wie die Geschäfts- und die Wahleordnung aussehen sollte Haben wir auch darüber diskutiert Wie das mit den Fragen gemacht werden soll Und zwar haben wir ja das Problem Dass wir eine relativ beschränkte Zeit haben Beziehungsweise die Zeit effektiv nutzen wollen Und da war der Gedanke Der uns gekommen ist Die Fragezeit auch zu begrenzen Also nicht ohne Ende Fragen stellen zu lassen Und der Gedanke war halt Zwischen acht und zehn Minuten So lange wie die Vorstellungszeit auch ist Diese acht bis zehn Minuten Sollten zur freien Verfügung des Kandidaten sein Und er soll sich aus einem Fragenpool die Fragen selber raussuchen Der Gedanke war dabei Beim Bundesparteitag gab es das schon mal mit zufälligen Fragen Da wurden Fragen gestellt Die effektiv, glaube ich, die wenigsten Leute interessiert haben Das waren meines Erachtens zum Teil Trollfragen Die Fragen, die da drin waren Und wir davon ausgegangen sind Dass ein Kandidat, der sich die Fragen selber aussucht Hoffentlich auch die kritischen Fragen raussucht Ansonsten kann das Publikum ja selber Seine eigenen Schlüsse aus dieser ganzen Geschichte rausziehen Das war so unser Gedanke Die Fragen sollten schriftlich eingereicht werden Damit jeder Kandidat die gleichen Fragen Die gleichen Fragenpool hat Nicht, dass bei einigen Kandidaten gar keine Fragen kommen Und bei den anderen Fragen Die ganzen Fanboys die Fragen stellen Und die sich damit präsentieren können Somit hat dann jeder Kandidat Die Möglichkeit, sich innerhalb von 10 Minuten Die Fragen rauszusuchen Die er in 10 Minuten beantworten kann Und die ihm wichtig erscheinen Das ist so ein Gedanke, den wir haben Also wir haben jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten Entweder man macht es möglichst sachlich Und jedem gleich Die Möglichkeiten, Antworten zu geben Oder man macht es individuell Und unter Umständen auch sehr persönlich Beide Versionen oder Varianten Haben Vor- und Nachteile Ich hätte nochmal eine Prozessfrage Soll dieser Fragenkatalog diskutiert werden Oder grundsätzlich Ja, wie man methodisch vorgeht Nein, es sollten direkt Fragen an die Kandidaten entwickelt werden Auch selbstständig von diesem Ich hatte es erst eingereicht Ohne einen Bezug zu dem Ergebnis Vom Hessen Campus April Aber das kann man auch als Maßstab nehmen Und das durchgehen Man kann auch ganz Wir haben jetzt die Diskussion Nebentätigkeit Kann man zum Beispiel fragen Ob man Also kann man sich überlegen Und man das als Frage an die Kandidaten stellt Ich hätte noch einen Punkt Und zwar die Weil du es gerade sagtest Mit dem Bundesverteitag Mit diesen Poolfragen Hat mir persönlich nicht so gut gefallen Muss ich sagen Weil ich das Gefühl hatte Da sind viele Fragen gekommen Also nicht nur die Einen nicht interessiert haben Sondern das ist so völlig diffus gewesen Und gerade jetzt Wenn wir hier Wenn es um Mandatsträger geht Oder Trägerinnen Die Also Ich glaube da geht es auch um Um Fertigkeiten Im Sinne von Ist jemand Also kann jemand Oder hat jemand ein Verständnis von Prozessen Ja Oder ist jemand teamfähig Oder ist jemand kommunikativ Also es sind so Da gibt es so ein paar Eigenschaften Die mich persönlich zumindest Interessieren würden Da geht es jetzt Erstmal weniger drum Also das eine ist sozusagen Die persönliche Komponente Um jemanden kennenzulernen Überhaupt als Mensch Gesamtheit Und das andere ist Ist das jemand der Weiß nicht Oder die Jetzt sagt Och ich möchte jetzt gerne Ein Mandat haben Ja Deswegen Wählt mich Und Ja und dann gibt es am Ende Dann das große Böse Erwachen Für alle Weil die Person Dann sagt Oh Habe ich mir doch Ganz anders vorgestellt Und es ist irgendwie Zu viel Oder Weiß nicht Gibt Probleme Und die anderen Wiederum sagen Ja aber Hätten wir es vorher gewusst Dann hätten wir Vielleicht eine andere Kandidatin oder sowas gewählt Also mir geht es einfach darum Dass mit den Fragen Also ich Sehr Sehr stark auch Eine Beeinflussung Natürlich auch stattfindet Am Ende Bei der Auswahl Und deswegen Würde ich da auch Diesen Punkt Gut finden Den Den ihr am Anfang Gesagt hattet Nämlich Mit Der Kandidatur Diesen Diesen Oder einen Fragebogen Ausgefüllt Mit einzureichen Und damit Die Möglichkeit Zu geben Sich zu informieren Der Gedanke war auch Dass die Fragen Vorher Möglichst frühzeitig Schriftlich eingereicht werden Dass alle Kandidaten Die im Vorfeld Also jetzt nicht Sich nicht auf der Aufstellungsversammlung Überlegen Dass sie kandidieren Sondern dass sie Weit im Voraus Schon diese Fragen Beantworten können Dass vielleicht Eine ganze Menge Fragen Gar nicht mehr Gestellt werden müssen Man kann natürlich bis Ich sag mal Bis die Fragerunde Beginnen wird Kann man noch Schriftlich Fragen Weiter einreichen Ab dem Zeitpunkt Natürlich nicht mehr Weil dann sollten Alle Kandidaten Die gleichen Fragen Kriegen können Aber damit hätte man Kann jeder Kandidat Jede Frage Im Vorfeld Schon irgendwo Beantworten Oder auf Hinweisung Beantwortet wurde Und die muss dann Nicht mehr gestellt werden Ich sag mal Der Hintergrund Dieser ganzen Geschichte Ist ein rein praktischer Wir müssen wahrscheinlich Allen Kandidaten Ungefähr 10 Minuten Zur Vorstellung geben Wir rechnen mal damit Pi mal Daumen Zwischen 60 und 100 Kandidaten 60 mal 10 Sind 600 Sind 10 Stunden Ich weiß nicht Ob wir das Ob wir das unbedingt wollen Ob jeder die 10 Minuten Ausfüllt Dann ist die Frage Wenn wir Kandidaten befragen Wie viel Zeit Wir ihnen dann geben Da war der Gedanke 8 bis 10 Minuten Das wäre dann nochmal Ungefähr die gleiche Zeit Die aber nicht jeder Kandidat ausnutzen Muss Also man kann auch Ganz deutlich sagen Wir möchten eigentlich nur Irgendwelche noch Unbekannten Fragen Jetzt beantwortet haben Allein um diesen Prozess Etwas zu streamlinen In der optimalen Welt Könnten wir natürlich Jede Frage von jedem Kandidaten in epischer Länge Beantworten lassen Das Problem Hammer Also ich denke so Dinge Wie Teamfähigkeit Die ist Die natürlich sehr wichtig ist Die wird man aber über Fragebögen mit Sicherheit Nicht rauskriegen Denn keiner wird von sich Behaupten nicht teamfähig zu sein Ich denke das ist Das liegt auf der Hand Das andere ist natürlich Dass man Dass sich die Partei Breit aufstellen sollte Zu einer breiten Aufstellung Gehört natürlich auch Unterschiedliche Kandidaten zu haben Und unterschiedliche Profile Was aber auch mit sich bringt Dass nicht jeder Notwendigerweise Die gleichen Fragen Beantworten müssen sollte So müsste ich es formulieren Denn man will ja eben auch Durch die Auswahl der Kandidaten Irgendwelche Schwerpunkte setzen Man will bestimmte Kompetenzen anbieten Man hat vielleicht Gewisse Problemkandidaten Wo man in der einen Oder anderen Richtung Sagt Naja die sind sehr gut Aber irgendwo haben sie ihre Probleme Und da will man natürlich Dann genauer nachbohren Deswegen weiß ich nicht Ob es sinnvoll ist Jetzt sich nur Auf absolut identische Fragebögen Zu versteifen Sondern ob es nicht auch sinnvoll ist Das ein bisschen individueller Dann auch zu gestalten Eben mit Persönlichen Fragen Er hat es ganz gut beschrieben Ich glaube in Bayern Ist es genauso gelaufen Da hat es auch 60 oder 70 Kandidaten gegeben Die haben dann im Schnitt Zwischen 6 und 7 Minuten Geredet Also auf das muss man sich Dann ungefähr einstellen Wenn man so vorgehen würde Aber ich möchte noch einen Anderen Aspekt einbringen Der am Bundesparteitag Auch in Neumünster Verwendet worden ist Nämlich Dass man eine Anfangshürde Für eine Kandidatur Errichtet hat Indem man Unterschriften Oder Zustimmung Von so und so viel Parteimitgliedern Geht es nur für Bundesvorstandswahlen Und nicht für Kandidaturen für Landtag Und Bundestag Weil du den Kopf schüttelst Danke für den Hinweis Dann hat sich das schon erübrigt Also meiner Ansicht nach Wäre es tatsächlich Als allerbeste Die meisten Fragen Oder den Großteil Irgendwie schon Ins Vorfeld zu verlagern Ganz klar Ich bin aber schon der Meinung Dass jeder die gleichen Fragen bekommen muss Erstens aus Chancengleichheit Und zweitens auch Um eine Vergleichbarkeit Herstellen zu können Zwischen den Kandidaten Und drittens Vielleicht für Die Aufstimmungserung selber Dass man sagt Wir haben jetzt diesen Fragenpool Der wird über Ein Meinungsbild Abgestimmt Die Top 3 Fragen Die Basis Am Bremsen interessieren Werden doch mal Direkt vor Ort gestellt Und gut Ich finde es nicht gut Wenn Kandidaten Fragen selber auswählen können Aus dem Pool Das macht in meinen Augen Überhaupt keinen Sinn Weil die picken sich dann Ihre Glanzstücke raus Und das ist ganz toll Das bringt ihnen Natürlich Punkte Oder auch nicht Und so hat auch jeder Dann die drei gleichen Fragen gesagt Die vielleicht die brennendsten Sind Die Leute interessieren Und gut essen Die restliche Zeit Wird dann zur Selbstpräsentation genutzt Also auch noch zum Thema Persönliche Fragen Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher Was persönliche Fragen sind So wie ich es mir vorstelle Könnten die durchaus auch Allen Kandidaten Gleichzeitig gestellt werden Also es muss nicht sein Dass ich jetzt einem Kandidaten Eine persönliche Frage stelle Die ich dem anderen Nicht stellen würde Also wenn dann persönlich Dann würde ich sagen Also erstmal habe ich ein Problem Mit persönlichen Fragen Und das sind So wie ich jetzt sagen Mir vorstellen würde Wären das mehr so intime Fragen Die ich nicht beantworten Würden wollen Möchte als Kandidat Und alle anderen Arten Von persönlichen Fragen Denke ich Haben dann alle Kandidaten Das Recht Die auch zu beantworten Da möchte ich ganz eingeschränkt Allerdings nur Gegenreden Wenn sich jemand Auf die Liste Stellen lassen möchte Weil er behauptet Er ist Finanzfachmann Er hat Volkswirtschaft studiert Er wäre der Fachmann Um dieses Themenfeld abzudecken Dann wäre es nicht fair Diesem Kandidaten Fragen zu stellen Die man dann auch Anderen fragen Die dann auch andere Kandidaten beantworten müssen Weil er einfach Mit seiner Sachkompetenz Wirbt und sich mit dieser Sachkompetenz eben Dran stellt Also ich denke insofern Also ich würde dir Völlig recht geben Soweit es um die Person Des Kandidaten geht Dass man irgendwie Ein persönliches Bild kriegt Denn worst case wäre Wenn sich herausstellt Der hatte irgendwie Eine NPD Vergangenheit Der Kandidat Und man wusste es aber nicht Aber das wird man nie Völlig ausschließen können Insofern ist es schon sinnvoll Diese ganze Geschichte Sehr transparent zu halten Denn je transparenter sie ist Desto eher Wird man auch darlegen können Dass man das In der Aufstellungsversammlung Selber nicht wusste Dass da vielleicht Eine gewisse Vergangenheit Gegeben war Von der man aber nichts wusste Aber eben Diese individuellen Fragen Also jetzt nur in Bezug Auf die Auf die jeweiligen Themenfelder Die sich der Kandidat So eigen machen möchte Da finde ich es nicht verkehrt Wenn da auch Individuelle Fragen Zulässig sein sollten Oder zulässig wären Persönliche Frage wäre Zum Beispiel Was du gerade sagtest Nämlich Hast du eine politische Vergangenheit Ja oder wie Also da gehe ich einfach mal Von aus Dass so eine generelle Frage In Fragen Wo viele drin ist Und wenn man es auch nicht Vorbeantwortet hat Haben wir nicht drinnen Also wenn ich das jetzt nicht richtig Wenn ich das jetzt nicht übersehen habe Ja unter Persönliches Ganz oben Ne nicht unter Persönliches Sondern unter Fragen ist drin Unter politisches Okay Weil ich hatte unter Persönliches Jetzt geguckt Ja das wäre glaube ich Jetzt auch nicht schlecht Ja Missglied hat Welcher Verband Funktion Vorstand Schatzmeister Das geht schon ziemlich weit runter Unter den Punkt Bereich Achso Okay Zum Beispiel Was ich gerade gelesen habe Wie sattelfest ist dein Job Oder irgendwas Also solche Sachen Die gehören da nicht rein Wie glücklich bist du In deinen Tätigkeiten Wie sattelfest sitzt du da Auf deinen Post Also entschuldige Wollen wir das so machen Mit gestern Bei dem Einzelnen Den du hattest Mit dem Abstimmen Also Meinungsbilder einholen Um einfach zu gucken Wie viele Leute sind Also wir könnten es ja so machen Wie bei dem Slot von gestern Bei Dear Age Wo wir bei den Buzzword Filling Durchgegangen sind Also jede Zeile Und einfach kurz Meinungsbild Und ab einem bestimmten Quorum Also wenn es weniger als 50% Zustimmung hat Also dann Also die Zahl dazu schreiben Wie viel Und wenn es weniger hat Dann eben fällt das sozusagen Hier aus der Runde raus Aber ich meine Dann haben wir wieder nur Das Meinungs- oder Stimmungsbild Dieser Runde In einem anderen Wenn das sich anders zusammensetzt Sieht es vielleicht wieder anders aus Ich wollte es so machen Einfach die Sachen Wo wir kein Problem haben Da gehen wir einfach drüber weg Und da wo wir ja Was kritisch sind Dann melden wir uns Sagen Sonst wird es nicht kritisch Wenn es über 50% sind Dann behandeln wir die Frage Ja Ich habe es nochmal schön ausgedrückt Schön So Die Karte kommt Ja, ja Da hören wir dann auch Die Karte oder Technik Die Karte ist Okay Jetzt haben wir noch 55 Minuten Wollen wir mal mit dem persönlichen anfangen Und mit dem ersten Kritikpunkt Mit dem Sattelfest Also da muss ich drüber reden Okay Also ich vorschlag Erstmal kurz sagen Was Wenn was raus muss Welcher Teil Und dann Wir gehen von oben nach unten durch Und wenn Leute Eine Frage kritisch sehen Oder sehen Dass wir darüber diskutieren müssten Melden sie sich Wenn mehr als 50% Der Meinung sind Diese Frage ist kritisch Dann müssen sie durchgehen Gehen wir sie durch Ansonsten gehen wir zur nächsten Ja Ich würde es jetzt halt Aber heute in dem Modus so machen Dass wir direkt bei einer Frage Bei der wir mehr als 50% haben Stehen bleiben Nicht wie gestern Erst alles durch Stimmen Wenn das okay ist Ja Krass Also alter Also alter Familienstand Hobby Wohnort In einem Und wie sattelfest man auf seinem Posten sitzt, tut mir leid. Das geht in Persönlichkeitsrechte rein, Privatsphäre rein, die erstens vollkommen unnötig ist für die Ausstellung und die wirklich keinem was angehen. In meinen Augen zumindest. Es ist auch unerheblich für die Qualifizierung der Person für einen Listenplatz. Vor allem, wir müssen natürlich schon davon ausgehen, dass wir so eine Art Werbeveranstaltung haben, da wird kein Mensch behaupten, dass er nicht glücklich sei oder nicht sattelfest im Job, denn dann würde man ihm gleich unterstellen, naja, der ist nicht glücklich und nicht sattelfest, der hat sowieso Probleme mit dem Leben. Warum sollen wir ausgerechnet den jetzt als Kandidaten vorstellen? Das ist leider Gottes, sage ich, ein vielfach gezogener Schluss, der natürlich überhaupt nicht notwendig ist, aber der vielfach häufig gezogen wird. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass sich die Leute auch irgendwie beraten lassen und dass man da tendenziell das schreiben wird, was einem vielleicht so die meisten Pluspunkte bringt. Ja, also Nikola hat es schon geändert, also ich wollte sagen, wollen wir uns auf den Punkt nicht beschränken, dass wir da nur hinschreiben, Tätigkeit und fertig und nichts weiter. Tätigkeit, Beruf und gerne auch Ausbilden, ich weiß nicht, ob Ausbildungen... Tätigkeit ist ja neutraler wie jetzt Beruf oder Tätigkeit ist einfach erstmal was Mastikale. Ja, ja, also Tätigkeit... Also wenn es die Möglichkeit gibt, sozusagen sich selbst nochmal individuell darzustellen, dann hätte man ja die Möglichkeit, sich da auch nochmal zu präsentieren, was Tätigkeit oder Ausbildung anbelangt. Denn es ist natürlich schon was, was die Leute interessieren wird. Insofern ist es sicherlich sinnvoll, dass man irgendwo eine Möglichkeit hat, es aufzunehmen. Aber es ist die Frage, ob man das notwendigerweise aufnehmen muss. Bei der Tätigkeit nochmal eine Frage zu dem Ziel. Wollt ihr wissen, was die Leute tatsächlich tun oder womit sie ihr Geld verdienen? Das ist dann eine andere Frage wie Tätigkeit. Wir haben es gelernt. Ja, ich stelle die Frage in den Raum. Also die Anregung, wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt, kommt auch nicht hin. Du kannst theoretisch vom Erbe leben oder von irgendwelchen Lottogewinnen theoretisch. Also ich würde die Frage so verstehen, es geht um eine Berufstätigkeit. Das finde ich auch wichtig. Also zum Beispiel, wenn es ein Steuerberater ist und sich dann im Steuerrecht qualifizieren möchte. Also ich denke, Tätigkeit ist völlig diffus. Das muss Beruf oder Berufstätigkeit heißen. Also ich persönlich muss sagen, mich würde interessieren, was jemand macht. Einfach allgemein. Und ich würde es nicht differenzieren nach jetzt gerade beruflich. Weil das Problem, was ich einfach sehe, ist, wenn jemand, angenommen jetzt gerade, keiner beruflichen Tätigkeit nachgeht, dann könnte das durchaus, ich sag jetzt mal, für jemanden entweder einem peinlich sein, weil er dann nämlich reinschreiben muss, irgendwie meinetwegen gerade nichts. Oder wie bestreitest du deinen, oder wie bekommst du deinen, wie hast du, wie habt ihr das gesagt? Ja, und dann schreibt jemand dann meinetwegen ALG 2. Und dann, das ist einfach auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen entwürdigend, aber es ist einfach, da stellt sich jemand vielleicht bloß, was er nicht unbedingt möchte. Und wenn man einfach sagt, Tätigkeit, das ist völlig wurscht, egal ob jemand ehrenamtlich oder wie auch immer was macht. Also, jemand schreibt das halt rein, was für ihn persönlich gerade wichtig ist. Und was für ihn mit besonderer Bedeutung zu erwähnen ist. Und ich würde da weniger auf Beruf gucken, weil jemand hat vielleicht, macht gerade was, was er letzten Endes vielleicht nicht für seinen Beruf, für seinen Unterhalt macht, aber es ist ihm vielleicht auch nicht so wichtig. Der Beruf, hast du meinen Aufblick vorher schon so? Nicht deswegen. Nicht mal wieder. Wir können vielleicht bei der Aufstellungsversammlung bei den Fragen die Peinlichkeit vermeiden. Aber wenn der Kandidat gewählt wird, wird die Peinlichkeit von anderen wieder mit neuen Fragen und dann auch gleich mit der Antwort in der Presse geliefert werden. Wir haben das schon erlebt. Deswegen halte ich es für sinnvoller, wenigstens nach den gemachten Erfahrungen so realitätstüchtig damit umzugehen und auch wirklich deine Frage genau so im Wortlaut zu übernehmen. Weil wenn wir den Bogen drum machen, jemand anders später bringt das in den Medien. Ich denke, es spricht für beides sehr viel. Das eine ist natürlich, dass man nicht Piraten intern verbleibt, sondern ein gewählter Kandidat, also hier gewählter Kandidat zum Kandidaten, eine hier zum Kandidaten gewählte Person, muss sich ja dann im Leben zeigen gegenüber anderen. Und da wäre es natürlich nicht sinnvoll, dass da unterschiedliche Angaben gemacht würden, zumal ja hier bei den Piraten alles nachvollziehbar ist. Insofern gebe ich dem Peter recht, wenn er sagt, das kommt sowieso ans Tageslicht. Auf der anderen Seite Dinge, die jetzt so persönlich sind und die vielleicht auch gar nicht so sehr interessieren, ist ein Listenkandidat auf Platz, weiß ich nicht, 66, der kommt sowieso nicht rein, ist auch nicht als Direktkandidat nominiert, fände ich jetzt nicht unbedingt erforderlich. Dass man da irgendwie Futter gibt, um Kandidaten jetzt durch andere irgendwie auch madig machen zu können. Und leider leben wir halt in der Welt, in der mitunter manche Dinge, wie es der Thomas sagte, nicht so anerkannt sind, wie wir es eigentlich sehen. Man kann sich diese Frage auch mal generell stellen, ob die überhaupt so wichtig ist, ist, dass wir die wissen müssen. Also müssen wir wissen, wie sich jemand finanziert. Und das andere ist, ich habe eine Ausbildung, die hat nichts mit meinem Studium zu tun. Und das, was ich jetzt arbeite, hat auch nichts mit meinem Studium und nichts mit meiner Ausbildung zu tun. Also vielleicht kann man die Fragen optional, oder wer sie beantworten möchte, darf sie beantworten. Also ich finde die Fragen einer Tätigkeit in gewisser Weise schon wichtig, weil es natürlich auch Personen gibt, die vielleicht durch irgendwelche Einflüsse, wo sie beschäftigt sind, ganz merkwürdige eigene Ziele eigentlich haben können, die man vielleicht so erstmal erfassen würde. Also es ist schon, man sollte es schon nachfragen dürfen und können. Bei mir ist es natürlich auch so, mein gelernter Beruf, ich arbeite zwar immer noch in der IT, aber was ich eigentlich mache, hat mit meinem gelernten Beruf an sich nicht mehr so viel zu tun. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, was die Leute so tagtäglich treiben und würde es gerne mit drin haben. Ich habe mich auch gemeldet. Nö, nö, kein Thema. Es knüpft da an. Ich habe in meiner Mumble-Session die Problematik über Doktortitel von Kandidaten erfahren. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, da fühlten sich einige Promovierte, die das auch gar nicht erst rausgestellt haben und das eigentlich sogar in ihrem Wiki gar nicht drinstehen hatten, aber im Personalausweis, fühlten sich diskriminiert, weil sie Doktortitel hatten, aber sie hatten das Gespür in der Aufstellungsversammlung, dass sie deswegen diskriminiert werden, sie gehören sozusagen zum Establishment. Das war so ein Tenor in der Mumble-Sitzung und das waren wohl zwei, drei Promovierte in der Aufstellungsversammlung Bayern. Also das Problem ist vielfältig, auch mal auf der anderen Seite, also als AG2 und Doktortitel, deswegen, das wollte ich nur einknüpfen. Wie du bist geschieden. Ja, ja, ja. Nicht verheiratet. So, dieser bleibt mir dann jetzt. Die Finanzierung, das Einkommen, Nebentätigkeit sozusagen dann später. Also ich würde die Frage nach dem, womit finanzierst du den Lebensumserhalt, auf jeden Fall mit reintun. Man kann auch noch, wie finanzierst du derzeit deinen Lebensumserhalt? Derzeit, kommt da fest. Na gut, dann. Aber die als optional. Dann haben wir es alles. Ja, aber wie aussagekräftig sind halt Ausbildungen und... Gar nicht. Doch, doch, für die Qualifikation von jemand, also ob, also hast du das nicht gesagt? Also wenn jemand die, also wenn jemand eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht hat, dann kann das durchaus ein Vorteil sein, sich in der Verwaltung auszukennen. Und ich glaube, dass das, weil das ja, du hattest das vorhin gesagt, ja, wenn man einen, sagen wir mal, möglichst bunten Haufen haben möchte an Personen, dann ist es durchaus hilfreich, wenn man eben jemanden auch aus der Verwaltung drin hat. Also der oder die direkt dort vor Ort schon weiß, wie der Hase läuft. Muss aber nicht entscheidend letzten Endes sein. Aber die Information als solche würde ich schon durchaus als hilfreich sehen. Aber natürlich, letzten Endes entscheidet das immer jeder persönlich, was ihm am wichtigsten erscheint. Nur dazu ganz kurz, weil am Ende könnte es ja theoretisch sein, dass wir zehn Leute haben, die genau dasselbe beruflich machen, aber die zehn verschiedenen Ausbildungswege oder Studiengänge oder was auch immer, dann sind das trotzdem Distinktionsmerkmale, die irgendwie was aussagen. Oder wo wir wissen, da sind verschiedene Qualifikationen, obwohl die derzeit vielleicht genau dasselbe, als dass ich IT-Consultant oder sowas wäre. Also die Finanzierung mit optional, wollen wir die reinnehmen? Als eigene Frage, ja. Machen wir ein Meinungsbild? Optional. Ja, letztlich muss er sich auch nicht beantworten. Also, ja, insofern ist eine Frage immer optional. Ja, ist schon normal. Okay. Die nächsten drei, wo trifft man sich? Wo kann man nicht kennenlernen? Stammtische? Würde ich sagen, ja, wollte ich gerade sagen. Kannst du ein Stück? Ja, gerne. Die nächsten beiden Fragen werden schon heikel. Okay. Was würdest du mit deinem Mandat erreichen? Problem? Inhaltlich wahrscheinlich. Nee, du kannst dich gerne melden, aber weiter. Okay. Was tust du jetzt schon, um diese Ziele jetzt zu erreichen? Auch unproblematisch. Diese Kompassfrage aus dem Wiki? Okay. Okay. Ich wollte nur sagen, ich finde es ja problematisch. Ja. Wir sind nicht genug, von daher geht es weiter. Okay. Wie viel noch machen? Ja. Eins, zwei. Das ist eine Frage mit dem Kompass aus dem Wiki, wo man sie eintragen kann. Links, rechts, konservativ. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also ich finde es schlichtweg und ergreifend aus einem einzigsten Grund problematisch. Die Fragen, die dort absolviert werden müssen, sind Fragen, die vorgefertigt sind. Und man muss die Fragen einmal durchgelesen haben, quasi den ganzen Diskurs selber mal durchgearbeitet haben als Prozess im Internet, um auch zu wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Wer diese Fragen aber aus welchen Gründen auch immer nicht abarbeiten will oder kann, weil er einfach dieses Tool noch nie benutzt hat, der ist damit auch gar nicht orientiert. Und vor allem nach außen ist für viele, die diesen politischen Kompass noch nie benutzt haben, überhaupt keinen Wert gegeben damit. Was sagt das aus? Das ist ein Spielzeug. Ich bin auch der Meinung, dass das selbst nach innen, also ich kenne diese Dinge jetzt nicht, ich sehe da immer nur dieses schöne Quadrat und dann irgendwie einen Punkt. Und dann denke ich mir, wie kommt das zustande? Da müssen irgendwelche Fragen zugrunde gelegen haben, die man vielleicht irgendwie beantwortet, genau was du jetzt gesagt hattest. Aber es wird überhaupt nicht berücksichtigt, wie man beispielsweise zu den Antworten gekommen ist. Da mögen ganz andere Erwägungen eine Rolle gespielt haben, sei es pragmatischer Natur oder ideeller Natur oder vielleicht hat jemand bestimmte Erfahrungen gemacht. Ich glaube einfach, dass es zu kurz gegriffen ist, sowas auf die Art beantworten zu müssen. Müssen wir noch weiter darüber diskutieren? Ich meine, vielleicht kann man das in der Richtung interpretieren, wo man sich selber in so einem politischen Spektrum einordnet. Ja, dieses sozial-liberal oder was weiß ich, vielleicht das in die Richtung drehen. Ja, das sind schon die semantischen Verwechslungen, das hat ja das Problem. Gut, nee, dann, nee, okay, also ich bin dann... Dann lassen wir mal raus. Also, wie stehst du zum BGE? Okay, also ich habe... Okay, abstimmen, das ist ein Problem. Fünf? Und wie viele kommen? Sieben. Jetzt keine sieben sind, ich bin weiter. Okay. Was ist deine Meinung zu PPP-Projekten? Also PPP, Fabrik, Vereinbarkeit, Partnerschaft ist es, ja. Wahrantrag in Gernzahn, das ist, glaube ich, gescheitert. Es gibt so Fragen, die muss man in den Griff nicht antworten. Ja, hat jemand ein Problem mit der Frage? Kann man ja so eine Antwort hier, kann man so... Nein, das ist da mit sich. Nein, eine Frage da. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu blöd. Wie stehst du zum BGE? Ist damit jetzt eine Ja- oder Nein-Antwort gefordert oder kann man auch eine differenziertere Antwort geben? Ja, wir haben die Frage nicht. Ist es für eine Frage so zur Diskussion gestellt, ob du eine Meinung dazu hast? Nein, nein, ich meine jetzt nur, wenn man, also beispielsweise bei dem BGE, wenn man jetzt mit Ja oder Nein antworten müsste, dann hätte ich da beispielsweise Probleme. Ja, aber wenn ich darstellen könnte, warum ich eine bestimmte Auffassung da vertrete, ich wüsste gar nicht, ob ich für Ja oder Nein wäre. Wenn du zum BGE kannst du nicht mit Ja oder Nein antworten müsste, dann ist das doch schon eine Meinung. Okay, also PPP-Projekte, kein Problem, die Frage danach. In welcher Hand gehört deiner Meinung nach Infrastruktur wie ÖPNV, Versorgung, Krankenhäuser? Hat jemand ein Problem? Nein? Weiter. Ja, das ist schon fast nur so des Tiefrands, ich würde sagen, da habe ich ein Problem damit. Ja, gut, aber, diese ist auch die Frage, wie ein Kandidat damit umgeht dann. Okay. Die Unterfrage stelle ich aber dann trotzdem, was hältst du vom fahnscheinlosen Nahverkehr? Das hat auch kein Problem mehr mit, gut. Woran krankt deiner Meinung nach unser Bildungssystem? Das ist eine tendenzielle Frage, die unterstellt schon bestimmte Voraussetzungen. Ja, das ist ja so, ja, ein Suggestiv oder ein Unformulieren. In welcher Weise Unformulieren, was soll das du entern? Also wir diskutieren drüber, gib mal das Mikro bitte drüber. Okay, das ist überhaupt eine Krankheit, was du vorstellt hast. Wie steht man das Problem? Wie steht es das Problem? Der Begriff krank drin ist, ist das Ganze tendenziös und eine Suggestivfrage. Die Frage selber, wie man zum Bildungssystem steht und es ausgestalten möchte in seinem Mandat, finde ich schon sehr wichtig. Wenn man sich als Bildungspolitiker aufstellen lässt, dann mag das eine wichtige Frage sein, aber sonst würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es so die relevanteste Frage ist. Das ist das, was ich persönlich da sozusagen muss. Muss ich zu allem, wie wir immer sagen, eine Meinung haben? Formulierungsvorschlag, können wir vielleicht einfach die Formulierung so nehmen, wie weiter oben. Wie stehst du zu unserem Bildungssystem? Und die Diskussion? Dieses Präfix kann man im Prinzip für alle Fragen führen. Wunderbar. Wie stehst du zu BTP-Projekten? Ganz gut. Ganz neutral. Gerade oben formulieren. Nur eine kurze Anmerkung zum Thema Bildung. Also erstmal für die Landesebene ist es sehr wichtig, weil Bildung ist Landesthema, ganz klar. Zum anderen vertreten wir ja auch so ein bisschen die Meinung, dass Bildung ein sehr hohes Gut ist, die gefördert werden muss, um einfach eine Gesellschaft zu etablieren, die eben aufgrund ihrer Bildung mitbestimmen kann, politische Prozesse durchschauen kann, mit dem entsprechenden Rahmen, die durch Transparenz zum Beispiel, und mitmachen kann. Und deswegen finde ich die Frage an sich, weil sie einfach in unserer Partei sehr wichtig ist, auch für wichtig. Also ich merke, dass ich grundsätzlich ein Problem habe mit diesen ganzen themenbezogenen Fragen, weil für mich, wie soll ich sagen, also für mich sind die Mandatsträgerinnen und oder Träger in erster Linie als Stellvertreter in den Parlamenten und nicht, um ihre eigene Agenda da zu setzen. Das ist aber was anderes. Ja, aus meinem persönlichen Verständnis heraus, jetzt wie ich, Mandatsträger der Piraten verstehe. Und in dem Moment, wo man jetzt hier anfängt, die Leute nach ihren persönlichen Sichtweisen zu bestimmten Themen zu betrachten, dann 10 Minuten sollte das Ganze sein, ja, diese Umfrage, beziehungsweise wie umfangreich sollte der Katalog nachher werden, den man dann selber auszufüllen hat. Und ich meine, irgendwie, für mich geht das Ganze so ein bisschen, also kann man so machen, aber für mich geht das so ein bisschen irgendwie an den eigentlichen Fragen, um jemanden kennenzulernen, ein bisschen über das Ziel hinaus, also ein bisschen am Ziel. Ich verstehe mich vielleicht kurz, was zielführender wäre, nochmal kurz vorspielen. Okay, für mich wäre zielführender, wenn ich jemanden über Prozesse, wie will er, welche Arten und Weisen möchte er oder sie in den Parlamenten zur Entscheidungsfindung zu bestimmten Themen, und zwar allgemein, es ist nicht ein Thema, sondern allgemein, wie möchte jemand vorgehen, ja, also Prozesse vorstellen. Aber wenn ich jetzt persönlich sage, ich stehe jetzt, ich sage jetzt mal, pro Atomkraft, ja, und wir haben in unserem Programm bestimmte andere Sachen stehen, jetzt hat er den Fragenkatalog, weiß, dass wir im Programm kontra Atomkraft stehen haben, dann schreibt er das kontra rein, und am Ende sitzt er im Parlament, macht trotzdem was anderes. Also, ich glaube, man kann niemanden aufgrund dieser Fragen wirklich nachher irgendwie eine Sicherheit rauskriegen. Deswegen dann lieber die Verfahrensweisen, wie man zu bestimmten Punkten sich positioniert, herausfinden. Und ich glaube, dass das zielführender wäre, um deine Frage zu hören. Ja, also ich, zuerst direkt dazu, also ich, tu mal, ich würde dir insofern völlig recht geben, als es, als so vorgefertigte Antworten viel unterschlagen, nämlich die unterschlagen letzten Endes den Gedankengang, und die Piratenpartei tritt an mit dem Anspruch, dass man kluge Gedanken hat, dass man die Dinge anders hinterfragt, als es die traditionellen Parteien machen, und dazu gehört eben, dass man Dinge zunächst mal hinterfragt, und dass letzten Endes der Fragevorgang mitunter wichtiger ist, als die Antwort, die man gibt, weil sich daraus ganz andere Dinge auch ableiten lassen. Tu mal, ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Das andere ist, wir haben hier, ich glaube, Artikel 38 ist das Grundgesetz, wir haben das freie Mandat, wir haben eben nicht das imperative Mandat. Also insofern, es ist einfach so, und es hat auch seine Gründe, es hat auch seine Richtigkeit, also wir werden daran auch nichts ändern, aber ich meine, dass es insofern umso wichtiger ist, ist, dass man natürlich den Kandidaten vorher kennenlernt, dass man idealerweise eine Übereinstimmung von einer bestimmten geäußerten Parteimeinung mit der Meinung des Kandidaten hat. Es wird sich nicht immer herstellen lassen, und mitunter sind auch die Kandidaten, die einfach sagen, nee, es ist ein freies Mandat, ich mache das so, wie ich will, sind mitunter die Ehrlicheren, weil sie einfach sagen, weil sie vorher sagen, wie es ist, und sich nicht wählen lassen und dann hinterher doch ihr eigenes Süppchen kochen. Tu mal, ich kann nicht da verstehen, nur das Problem ist, wenn wir diese Fragen in den Fragebogen rausschmeißen, nach einzelnen Themen, kommen sie in der Versammlung hoch, weil ein Großteil der Mitglieder, die wollen wissen, wie sie zu den Punkten stehen. Also das heißt, die Fragen kommen, wenn wir sie nicht im Vorfeld beantworten. Ich stimme dir von und ganz zu in dem Punkt, dass ich wissen will, wie, weißt ihr überhaupt, was auf den zukommt? Jeder, der sich für den Bund aufstellt, muss wissen, dass das ein 16-Stunden-Arbeitstag ist, dass das eine 6-Stunden-Woche ist und, 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 und. Ist die 6-Tage-Woche, 7-Tage-Woche, ist... 6-Stunden-Woche. Also, wie gesagt, die Kandidaten müssen wissen, was auf sie zukommt, und wissen, was da eigentlich abgeht. Das ist natürlich viel interessanter, aber... Wie willst du das abklopfen? Wie willst du das abklopfen? Das ist das Problem. Ich darf doch jeder klar weiß, was auf sie zukommt. Ja. Aber wie gesagt, die Fragen rauszuschmeißen, im Fragebogen, der vorher beantwortet werden sollte, von den Kandidaten, würde ich nicht machen, weil die Fragen kommen definitiv dann hoch. Also, der Einwand von Thumai ist absolut berechtigt. Also, wenn man das von oben nach unten durchgeht, also, ich denke, wir sind alle Piraten genug, um zu wissen, was die optimale Antwort wäre. Das heißt, man müsste sich eigentlich Optionen erhalten, wo man zum Beispiel sagt, was verstehst du unter piratischer Politik oder so. Also, das heißt, die Antwort viel mehr offen lassen. Ja, das kriegt aber, das kriegt doch jeder auf die Reihe hier. Also, und gibt die optimal Antwort, und das wird sich wahrscheinlich am Schluss überhaupt nicht voneinander unterscheiden, das ist das Problem. Ja, aber jeder Kandidat ist in der Lage, Budget-Priot zu schreiben. Ja, also, wenn man zum Beispiel die Frage ein bisschen anders stellt, also, nenne mal die für dich wichtigsten fünf Piraten-Themen oder so. Das wird nicht gleich aussehen, denke ich mal. Also, dann hast du aber gefragt, in welche Ausschüsse willst du rein? Das halte ich mir nicht viel interessanter. Ah, die Ausschüsse sind doch jetzt erst mal nicht gefragt, oder? Natürlich sind die gefragt, weil ich möchte den Kandidaten, wenn wir sagen, ja, wir sind alles Bildungspolitiker, und wir sind alles so in der Richtung, dann haben wir nur Bildungspolitiker, der Sixsen- und Nusen-Zern-Experte. Ja, geht's? Keiner geht in den Verteidigungsausschuss, keiner geht in den Bildungshilfe etc. pp. Das möchte ich vorher abklappen, ob die Leute auch bereit sind, im Vorfeld zu sagen, ich schieße mich auf neue Ausschüsse ein, auch wenn es nicht mein Thema ist. Das halte ich für viel wichtiger, als ich da habe. Steht das drin? Denken Sie bitte bei der Diskussion immer auch daran, dass Mikro war das. Ja, also ich sage noch einen Satz dazu. Also man könnte das ja auch offen lassen. Zum Beispiel Fragestellungen, welche Bereiche der Politik interessieren dich, welche Ausschüsse interessieren dich. Also das, Tuma hat wirklich recht, das ist zu vorgefertigt im Moment. Es muss mehr Raum für wirklich eigene Äußerungen da sein. So, wir haben noch eine halbe Stunde und wir sind nicht gerade sehr weit. in diesen Fragen. Die Frage grundsätzlich stellt sich, wir gehen jetzt weiter daran vor oder wollen wir die Frage herausnehmen? Also ich würde es jetzt ein bisschen strafen. Dann musst du aber alle Fragen ausnehmen. Ja, dann. Wir sind bei einem grundsätzlichen Problem. Okay, ja. Ich tue jetzt also einigen Vorredern zustimmen, sowohl dir als auch Tumai, als auch dir. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie eine Mischung hinbekommen. Also mir ist aufgefallen, bei Aufstellungs- oder Bewerbungen, besser gesagt, und Positionen auch. Oder bei Grillfesten, das klingt alles absolut identisch. Stromlinienförmig. Und die wissen alle, was sie sagen müssen und das sagen sie dann auch. Und das ist irgendwie wenig erquickend. Irgendwo. Und da bin ich schon bei dir, dass man da offene Fragen eher stellt, was ist für ihn Piratik oder die wichtigsten piratischen Inhalte. Aber gleichzeitig müssen wir auch ein bisschen auf das rückwirkend nehmen, was er gesagt hat, dass jeder sagen muss, wo seine Stärken so ein bisschen sind, dass man ausloten kann, der ist dann, der käme dann für das und das in Frage. Also da müssen wir eine Mischung hinkriegen zwischen den zwei Dingen. Ja, die Mischung macht es genau. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt so die Glutgrätsche gemacht habe. Aber wenn man mal runterscrollt hier und geht auf den Punkt nach der Wahl, also der Peter hat es mir gerade nochmal gezeigt, weil ich finde durchaus die Punkte von dir, Michael, absolut valid. Weiter runter noch? Nach der Wahl ist eine Überschrift, die kommt. Da habe ich eben noch einen Punkt gesehen, den ich für kritisch will. Noch weiter? Nein, danach noch weiter? Da geht es weiter. Du kannst die Person zitieren, die Teil nummerieren links. Es ist ein bisschen 15 Schröder. Was haben wir? Ne, war. Also das eine ist, wie du sagtest schon richtig, auch Michael, oder? Ja. Ja. Die Kusszeit. Ne, die, also das eine ist, dieses persönliche, finde ich, sollte viel stärker rausgestrichen werden, also jemandem Raum für persönliche Antwortmöglichkeiten zu geben, weil dadurch auch die Individualität mehr zur Geltung kommen kann. Das andere ist jetzt, was du jetzt vorhin ja meintest, ja, mit dem, welche Ausschüsse und so weiter würdest du gehen wollen, das war, glaube ich, achso, noch ein bisschen weiter runter, Entschuldigung. 171. Könntest du noch mal ein bisschen runter scrollen, bitte? Ähm... Was ist das mit dieser Einkünftung draußen ist? Runter? Genau. Genau, also welche Themengebiete und sowas, ähm... Was ist das? 100... 71, genau. Solche Sachen, also, also, wenn man, um den Ansatz von Boris, war das, gell? Nein, aber du heißt Boris. Ja, ich habe Boris. Okay. Okay, ich musste mal ein bisschen mit dem Namen. Auf jeden Fall, ähm... Du hast das vorhin gesagt mit dem Team, was sich zusammensetzt? Oder ganz am Anfang hast du es, glaube ich, mal gesagt? Egal. Auf jeden Fall dieses, ähm... In dem Moment, wo man halt ein Team zusammensetzen will, mit verschiedenen, vielleicht Schwerpunkten, und das wäre sowieso, ich weiß, der Matthias ist jetzt weg mit der Geschäftsordnung oder Wahlgeschichten, ähm... Ob man nicht sogar hergeht und kategoriert, mit Schwerpunkten bildet, aber das sind jetzt, äh... Die führen noch ein bisschen weiter weg jetzt hiervon, aber die, wenn man sich, äh... für Kandidatinnen oder Kandidaten, ähm... Wenn man die Leute sucht, oder nach bestimmten Kriterien, äh... auswählen will, dann, dann sind es eine Mischung aus diesen, äh... Werten der Piraten, ob die, ähm... überhaupt gelebt werden würden, also einen Eindruck davon zu bekommen, und, ähm... und die, äh... Kompetenzen. Und, ähm... Und diese Antworten, die am Anfang waren, äh... Da hätte ich genauso schreiben können, wie stehst du zum Afghanistan-Einsatz, oder sowas, ja? Und das ist irgendwie, ähm... mehr für mich Bullshit-Bingo, wie... was Allgemeines über, äh... piratige Werte, oder ist ja geil was? Nee, man ist hier, den Sondra. Ja, oder? Sag mal nicht. Nee? Hm? Was geht's denn? Zu diesem Wunsch, ähm... die zukünftige Fraktion, ähm... anhand von Kompetenz zusammenzusetzen, wird sich genauso wenig, äh... umsetzen lassen, wie zum Beispiel, ähm... wie soll ich sagen, dieser, ähm... diese Wünsche vor einer Vorstandswahl. Also, wir haben Schatzmeister, zum Beispiel den Lothar, ähm... Genseck eignet sich derjenige, diejenige für... Also, das wird nicht funktionieren. Ähm... Die Fraktion wird später aus Individuen bestehen, da werden wahrscheinlich drei oder vier dieselben Interessen haben. Ähm... Einer wird davon in einen Ausschuss kommen, und die anderen drei müssen irgendwas anderes machen. Es wird keinen Weg dann vorbeiführen. Wie müssen wir das Team zusammenarbeiten? Wenn die Fraktion aus fünf, ähm... Personen besteht, die sich alle um Bildung kümmern, dann werden sich vier ein anderes Thema suchen müssen. Ach, ganz schön. Alles klar. Was würdest du denn vorschlagen, von der Vorgehensweise dann? Mit ihm? Ähm... Ähm... Also, ich halte diese, ähm... Diesen Block mit den Fragen zu bestimmten Positionen, ähm... nicht für... Wie soll ich sagen? Zielführend. Also, ich würde die rauslassen. Alle. Ja, absolut. Dann nochmal ganz kurz. Also, ich hoffe, dass wir hier nicht die Rechnung ohne den Wert machen. Du hast jetzt auch so schön gesagt, ah ja, die kommen dann rein. Das ist ja noch gar nicht gesagt, dass sie reinkommen. Ja, ja, und insofern, daraus ergibt sich sozusagen meine weitere Überlegung, ob es nicht auch sinnvoll ist, Kandidaten, mögliche Kandidaten auch danach auszuwählen, wie sie eben bei potenziellen Wählern ankommen. Ich weiß, dass man da vielleicht gewisse Grundsätze, äh, nicht unbedingt über den Haufen wirft, aber ich, ich denke doch, dass es, also es ist jetzt ein sehr realpolitischer, ein sehr realpolitischer Ansatz, aber ich denke schon, dass es nicht verkehrt ist, ähm, nicht nur Kandidaten aufzustellen, die ein typisches Piratenprofil, sage ich mal, nach außen tragen können, sondern eben auch Menschen auf einer Liste zu haben, die eben sich über diesen, über dieses 2% Klientel hinaus bewegen, die vielleicht ein typisches 10% Klientel bedienen können. Ich sage, es ist ein ganz anderer Ansatz, den ich jetzt hier, den ich jetzt hier bringe, aber ich meine, dass man das zumindest im Hinterkopf haben müsste. Ja, ich meine, die Grünen sind damals auch mit relativ, für viele Leute komischen Gestalten, so hieß es damals, in die Parlamente gekommen. Genau. Ja, Peter, du hast recht. Also, ich will nur sagen, dass man diesen Aspekt zumindest im Hinterkopf haben sollte. Ja, also, da habe ich nur eine Frage zu, ähm, woran willst du das festmachen? Also, äh, an der Attraktivität der Leute, an der Bildung, ähm, erklär's mal. Also, eine kurze Antwort, ich weiß, dass ich da, äh, dass es jetzt, das ist jetzt, so komme ich ja noch langsamer dazu, was zu sagen. Ich meine jetzt nur, typisches Beispiel wäre, auf der Liste, 5 junge Männer zu haben, beide alle zwischen 30 und 40, alle IT-Fachleute, ja. Ja, da wird man eine bestimmte Klientel ansprechen, aber eben eine sehr große Klientel nicht, ja. Also, Mischung. Es ist eben nicht nur Mischung, ja, nicht nur Mischung, sondern, da ist jetzt so ein Gefühl, so ein, ich kann es mit biederen Worten nicht sagen, aber ich denke, es wird jetzt auch zu weit. Genau, es geht jetzt, jetzt geht's ja ums Ergebnis und nicht um die Fragen. Und wir sollten zurück zu den Fragen kommen. Ähm, müssen wir nochmal hochscrollen? Oder wollen wir hier weitermachen mit nach der Wahl? Sieht jetzt jemand unter dem Block nach der Wahl ein Problem, generell oder einzeln? Wir können auch jetzt bei dem nach der Wahl weitermachen, weil wir werden sowieso nicht durchkommen. Also, es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir gesprungen sind. Also, ich finde eine Frage, die weiter oben steht, auch bedenklich, nämlich Piratseite. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Wenn ich jetzt, oder? Am besten auch, der ist Mitgliedsumma, am besten dreistellig, oder so. Also, bitte, nehmt die Frage raus. Welche meinst du jetzt? Da muss ich so gerade, Pirat mit dreistellig, Mitgliedsumma. Mikrofon, bitte. Umgekehrt. Ja, ach so. Also, die Frage nach, wie lange ist einer Mitglied bei der Piratenpartei, würde ich draußen sehen, weil damit implizieren nämlich einige, ja, ich bin schon seit sechs, sieben Jahren Pirat, also habe ich den Anspruch. Oder, genau den anderen Dingen, ja, du bist ja erst seit drei Monaten da, dann darfst du noch nicht aufgestellt werden. Also, bitte, nehmt die Frage raus, meiner Meinung nach. Mitgliedszeit unter Partei, meinst du das? Okay. Also, ja, natürlich ist es Quatsch, wenn man sagt, ich bin jetzt fünf, sechs, sieben Jahre, wie auch immer, dabei. Ich habe mir den Anspruch aufgrund meiner Zugriffigkeit hier erworben, beziehungsweise der ist so und so kurz dabei, deswegen darf man noch nicht antreten, ja. Erstmal antreten sollte jeder, egal wie lange er dabei ist oder auch nicht. Und ich habe da dann, aber ehrlich gesagt, unabhängig davon, wie hoch die Mitgliedsnummer ist oder klein oder das Eintrittsjahr, dass die Leute sich nicht darauf fokussieren, wie lange die Leute dabei sind, sondern was sie in dieser Zeit, wo sie in der Partei sind, gemacht haben, ja. Das ist viel wesentlichere. Und ja, das ist halt meine Hoffnung. Ja, also dann haut die Frage nicht, seit wann sind sie drin? Dann ist die Frage nicht drauf. Dann fragen wir erstmal, wer findet die Frage? Wir machen es wieder wie zum Anfang, wer findet die Frage denn problematisch? So, ja, wieder die sieben Stimmen. Ich meine, du. Ja, wer findet die Frage problematisch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, anders raus, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay, es sind weniger problematisch, also. Ja, ich bin da nicht dran. Okay. Ja gut, aber da hatten wir, glaube ich, kein Problem. Okay, machen wir es nochmal. Wer hat mit dieser Frage, Mitglied seid, welcher Verband und so weiter, möglicherweise ein Problem, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und vor, das ist gerade noch ein Problem. Ja, das ist, okay. Ich hoffe, ich gebe sie frei. Ihr beantwortet die Frage immer aus der Perspektive heraus, dass damit Jungpiraten möglicherweise Nachteile haben. Ich habe da aber mit dieser Geschichte auch einen Vorteil, den ihr noch nicht seht, glaube ich. Und zwar, man kann damit auch altgedehnte Piraten, die vielleicht schon sehr, sehr lange dabei sind, einfach mal daraufhin abklopfen, was haben sie denn in dieser Zeit eigentlich gemacht. Wenn jemand seit sechs Jahren Mitglied ist und erst im letzten Dreivierteljahr angefangen hat, aus seinem Loch rauszukommen, um tatsächlich dann prägnant überall aufzutauchen, dann ist das ja auch ein Zeichen. Also, wir können es in beide Richtungen sehen. Es ergibt sich einfach durch die Frage, was du gesagt hast, was jemand gemacht hat in der jeweiligen Zeit, egal ob die jetzt lang oder kurz ist. Daran wird sich das festmachen lassen. Also, da kann keiner irgendwie hinterm Berg halten und dann sagen, er hätte viel gemacht oder wenig. Also, das wird dann immer deutlich. Also, Funktionen, die Frage nach Funktionen. Irgendwie haben wir ein Problem mit? Nein. Aktivitäten, Mitarbeiter. Also, hier ist wahrscheinlich gemeint Parteimitarbeiter, muss man sagen. Es steht unter Rubrik Partei. Ja, okay. Abgeordneter, Kreistag und so weiter, wird auch okay sein. Dann würde ich die Mandatsträger hinschreiben. Anstatt Abgeordneter. Okay. Ja. Also, man darf es wieder. Ich mache eine kurze Frage. Wenn jemand in diesen ganzen Ausschüssen ist, wie der André zum Beispiel, bei diesem der und Mikro Gremien, nimm doch Gremien dazu. Funktionen zum Beispiel Vorstand, Schatzmeister, Co-Chef, Beauftragter und Gremien. Gremien. Wenn jemand kein Abgeordneter ist, so kann er trotzdem, wenn seine Fraktion nie beauftragt, in städtischen oder kommunalen Aufgaben, städtischen oder kommunalen Ausschüssen oder Gremien entsandt werden. Und dann macht er für die Fraktion eine Zuarbeit, ist aber weder Abgeordneter noch dafür mit irgendeinem Ding gewählt worden, außer von der Fraktion. Okay, PG, AG ist Mitglied. Könnte man noch dazufügen, Herr Kars? Aber auch kein Problem, nämlich erreicht übernommene Aufgaben, das ist eigentlich fast schon Lebenslauf in der Piratenpartei. Okay. Ja, jetzt können wir noch weiter scrollen oder wieder zurück an den Ausgang, wo du deinen Punkt hattest, möglicherweise. Ja, gut, das ist möglicherweise sehr interessant, weitere andere Parteien. Ihr müsst sagen, wohin? Ja, gehen wir nach unten. Okay, wo ich kurz weiter? Scientology. Esoterik. Ja, da gibt es ein Problem bei, also jetzt bei Scientology, gibt es ein Problem? Eins, zwei, nein. Esoterik. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, okay. Das ist mit Scientology, ich muss es brauchen, aber Scientology ist ja wieder sehr speziell nur gesagt, da kann man auch fragen, Zeugen Jehovas, sonst was sollte man vielleicht ein bisschen genereller formulieren, die Frage. Egal, anderes Thema, Esoterik und wie, was, was, verstehe ich nicht. Wie soll man denn da bitte, was ist das für eine Frage? Nimmst du Globulis oder, das ist dann Esoterik oder, also, ja, also das ist natürlich irgendwie ein bisschen sehr, sehr abstrus. Ich würde das umformulieren, in Vereinstätigkeit, dass man die offenlegt. Und da wäre Scientology zum Beispiel dabei. Also, wir hatten, in Wiesbaden gab es ja, in Wiesbaden gab es einen Fragebogen, da hat einer von Neudeutschland, das ist ein ganz heftiger rechter Verein, seine Mitgliedschaft verschwiegen, kam aber dann doch hoch. Und ich würde es als Vereinsmitgliedschaft allgemein formulieren. Also, ich sage mal so, das eine Esoterik ist das andere Glauben. Deshalb führe ich es als eigenen Punkt an. Das eine Esoterik ist das andere Glauben und umgekehrt. Glaube hat und Weltanschauung allgemein, hat hier nichts zu suchen. Es sei denn, es ist politisch relevant. Das wäre dann irgendwie eine braune Vergangenheit in der einen oder anderen Form. Vereinsmitgliedschaften finde ich in Ordnung. Kirchenzugehörigkeit nicht. Und das gilt dann auch für irgendwelche Neopaganen oder was auch wie immer geartete Glaubensgemeinschaften. Genauso wie für christliche Glaubensgemeinschaften. Das hat uns nicht zu interessieren. Hat uns nicht wirklich zu interessieren. Zunächst mal. Ich differenziere zwischen Kirche und Verein und Gruppen wie der Scientology, wogegen wir uns klar auf einem Parteitag ausgesprochen haben. Wenn wir Gruppen namentlich benannt haben, mit denen wir kurz und flapsig gesprochen nichts zu tun haben wollen, da will ich auch das Recht haben, im Fragebogen danach fragen zu können. Ich will aber nicht deswegen gleich das Recht ableiten, für jede Mitgliedschaft des Kandidaten in einer sonstigen kirchlichen Vereinigung den Namen aufgezählt zu bekommen. Das nicht. Aber Scientology konkret möchte ich drin haben. Scientology ist kein Kirche, ist ein Verein. Okay. Gut, trotzdem, wir haben dazu einen Beschluss. Und auf der Grundlage sage ich, die Frage ist berechtigt und die wird auch die Mehrheit bejahen. Die Frage nach Scientology drin, die Frage nach Esoterik oder sonstiger Mumpitz, der schon wieder tendenziös ist, raus. Ja, genau. Wunderbar. Das war das, was ich sagen wollte. Ja, also ich bin jetzt überzeugt mit Scientology. Ich würde aber trotzdem andere Vereinsmitgliedschaften auch noch erwähnen lassen, denn da gibt es auch tolle Sachen noch neben Scientology. So, hier. Also wenn Frage nach Verbindung, dann auch nach allen Vereinen. Verabfinder und so weiter. Also kein Problem, weiter. Moment, ein anonymer Alkoholiker. Nee, das ist in der Endlosschleife. Das ist schon woanders diskutiert worden. Wir fangen jetzt gerade ein. Und es gibt einfach bestimmte Organisationsformen, wo ich sage, das geht uns nichts an. Und wo die Leute auch selbst sich dazu verpflichtet haben. Okay, dann fangen wir trotzdem fort, weil das müssen wir aufnehmen. Stasi-IM in Vergangenheit. Auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Das muss immer 24-Jährige fragen, ob es in der Stasi-Mathie ist. Und dann am besten auch auf den Westen. Und jetzt kommt da das Nächste. Bitte. Wobei ich das mit den Opfern nicht so gut finde. Oder Opfer. Also ich weiß nicht, ob man das ist wie mit den anonymen Alkoholiker. Ich weiß nicht, ob ein Stasi-Opfer sich als Opfer ausmacht. Ich weiß nicht, ob sich ein Stasi-Opfer unbedingt als Opfer outen möchte. Ich bin jetzt kein Stasi-Opfer. Ich kenne das aber in der Verwandtschaft. Das wird im Allgemeinen nicht unbedingt vor sich her getragen. Ich habe mich ausgeregt. Ob mein Opfer ist. Ich habe mich ausgeregt. Ich habe mich ausgeregt. Ja, aber... Ja, aber... Ja, eben. Die Frage. Weil es in Klammern steht. Stasi-IM oder Opfer. Deswegen, also ich möchte, würde diese Frage... Also nicht für richtig finden. Also Stasi-IM ja, aber Opfer... Nein, genau. Opfer raus. Okay. Mitarbeit im anderen ausländischen Geheimdienst oder... Also ist die Frage ein Problem? Nein. Geheimdienst? Ja. Ist die Frage ein Problem? Ja, ja. Okay. Dann streichen. Okay. Und diese Folgefragen, Opfragen, wollen wir die überspringen? Nur Wasser. Okay, dann müssen wir noch weiter nach unten. Ich weiß gar nicht, da kommt gar nicht mehr. Ja gut, das sind ja die Opfragen, aber die können wir ja dann gleich mit wegmachen. Also die Polyamor-Beziehung, das habe ich glaube ich durchgestrichen, als ich es kopiert habe. Ich weiß nicht, warum das damals schon durchgestrichen war. Ja gut, das ist ja eine Frage, die sich durch die Aufstellungsversammlung ergibt. Also ich lese mal vor, für welche Liste kandidierst du. Wie ist das? Machen wir jetzt eigentlich zwei Veranstaltungen? Aufstellung, LP, Landtag und Bundestag, ne? Ja. Die Zeit wird uns nicht reichen. Okay, Direktkandidat, die Frage dann auch an die Person, ob sie sozusagen Liste und direkt, das ist ja die Folge. Kein Problem. Wie viel Zeit kannst du in den Wahlkampf investieren? Ist das eine Frage, die Probleme bereitet? Bist du bereit, die gesetzlich erlaubten drei Monate Sondererlaub vor der Wahl zu nehmen und dich für einen Wahlkampf zu stürzen? Kein Problem. Ich finde sie tendenziell. Also wer hat ein Problem damit? Drei Leute? Vier? Fünf? Ja. Sechs? Sechs? Okay, sechs. Okay, muss man überreden. Ganz kurz befreundet. Wir haben hier eine Zeitfrist vorgegeben. Das ist das Maximum von dem, was, glaube ich, der Arbeitgeber da bereitstellen muss. Dessen ungeachtet halte ich aber die Angabe einer Zeitfrist, auch wenn man den Anspruch drauf hat, hier für falsch. Weil, ob das jetzt drei Monate, zwei Monate oder ein Monat sind, die da einer seinen, ich nenne es jetzt mal Wahlfreistellung macht, sagt nichts darüber aus, was er tatsächlich derzeit macht. Ergänzende Meinung? Der Punkt ist ja auch, das betrifft jetzt nur Nicht-Selbstständige. Selbstständige werden eine andere Meinung zu haben, die werden gar nicht gefragt. Zudem gibt es auch Leute, die vielleicht andere Arbeitsverhältnisse haben, die da auch drunter fallen. Zum Dritten ist es auch so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Sonderurlaub heißt, der Arbeitgeber bezahlt weiter. Nein, nein, unbezahlt. Dann bezahlt nicht weiter. Unbezahlt. Unbezahlt, ne? Und dann denke ich, ist es eine ganz gefährliche Frage. Also streichen oder unformulieren? Ja, genau. Streichen oder unformulieren? Streichen. Streichen. Meinungsbild? Okay, streichen wir. Okay, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Schauen wir mal. Wovor stehst du persönlich? Ziele? Hat damit jemand ein Problem, das nochmal sozusagen abzufragen? Ja, okay. Gibt es ein Problem damit? Ich meine auch, das war oben. Also, politische Kompetenzen. Wer hat damit ein Problem? Ich meine, das stellt man ja selbst dar. Das ist genau das. Ich habe grundsätzlich ein Problem mit diesen politischen Kompetenzen, da irgendwas aufzuführen, weil ich habe das jetzt schon bei einigen Kandidaten gelesen, was sie alle für politische Kompetenzen haben. Das ist so eine Wischiwaschi-Frage. Da kann ich sagen, ich bin ein Experte für Auslandspolitik, weil ich schon mal im Ausland Urlaub gemacht habe. Also, da muss ich sagen, das kann man meiner Meinung nach nicht in harten Fakten abfragen. Zudem weiß ich noch nicht mal, ob es überhaupt erstrebenswert ist, Leute mit politischen, also Kompetenzen in bestimmten Bereichen in die Parlamente zu schicken. Oder ob wir nicht Generalisten brauchen. Das war eine persönliche Anmerkung. Also, ich würde es streichen. Noch mal hoch. Keine Wortmeldung. Okay, nächste Frage. Bitte? Streichen. Okay. Also, okay, von mir ist nochmal ein Meinungsbild, ob wir streichen sollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja, Mehrheit. Korrekt damit. Was bedeutet es für dich, Abgeordneter der Piratenpartei zu werden? Ein Problem mit der Frage? Also, ohne Wortmeldung erstmal die Frage, soll es gestrichen werden? Bleiben die gleichen Hände oben? Okay, dann streichen wir es. Wie stellst du dir eine Fraktion der Piratenpartei vor? Das wird schon interessant. Wie ist da jemand für Streichen? Oder ein Problem damit? Problem? Okay, Problem und streichen? Problem und streichen. Okay, dann streichen. Die Unterfrage, welche beraten wir denn gut für eine Fraktion? Das ist so treibend. Okay, auch streichen? Also, Problem und streichen? Mit anderen Worten, ich bitte, dann ist es ein persönliches Team. Genau. Kannst du deinen Job aufgeben und hast du überhaupt Zeit, Abgeordneter zu sein? Er muss. Das ist beim Gesetzesgericht. Ich hätte gerne einen Wortbeitrag. Okay, also Problem mit Wortbeitrag. Also, ganz ehrlich, rein theoretisch ist die Frage natürlich totaler Blödsinn. Rein theoretisch. Aber ich glaube trotzdem, es gibt Leute, die sind sich diesem allem, was auf sie zukommt, gar nicht bewusst. Nicht mal, dass sie da vielleicht ihren Job, ihren Alltag aufgeben müssen und was ganz anderes Neues reinspringen. Ja, einfach, auch wenn sie auf hinteren Listenplätzen sind, ja, wo sie vermeintlich nur auffüllen und gar nicht dazu kommen würden, in den Landtag einziehen. Wir haben gesehen, wie es in Berlin passieren kann, ja, oder wenn Leute ausschreiten, sie rücken nach. Aber nur eine Frage kriegst du sie nicht. Das hast du vorher schon gemerkt. Aber vielleicht gibt es Leute, die haben eine Firma oder ein bisschen... Ja, aber sie sollten sich alle Bewusstsein, die auf der Liste kandidieren, dass das passieren kann, auch wenn sie vielleicht nur an Platz 11 oder 12 sind, ja, durch irgendwelche wideren Umständen. Wortbeiträge? Ich meinte, du warst vorher, aber das ist egal. Nein, ich meine nur, dass man da auch aufpassen muss, dass es nicht irgendwie diskriminierend wirkt, denn wenn sich eine Frau mit drei kleinen Kindern bewerben sollte, der wird man das von vornherein nicht zutrauen, dass die in der Lage ist, Abgeordnete in Berlin zu sein beispielsweise. Wiesbaden geht ja vielleicht noch, aber in Berlin... Ja, und denen traut man es ja auch nicht zu, dass es können, wobei die von der von der Leyen, die ist ja schon älter und die andere, die hat nur ein Kind und hat ihre Eltern in Berlin, die extra hoch. Also ich will nur sagen, ich glaube, ich behaupte ja nicht, dass es nicht möglich ist, ich sage ja nur, dass es insofern diskriminierend wirken könnte, weil man es bestimmten Leuten nicht zutrauen würde. Damit habe ich keine Aussage darüber getroffen, ob ich ihnen es selber zutraue. Ich meine nur, dass dieser Eindruck entstehen kann. Also ich denke, diese Frage und auch was danach kommt, bist du dir bewusst, dass du je nach Parlament bis zu fünf Jahre und so weiter, haben in dem Fragebogen eigentlich nichts verloren. Da soll es ein Extrablatt geben, wo die Vor- und Nachteile eines Mandats geschildert werden, ganz objektiv. Das sind Fakten, die muss man nicht beantworten, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt schon kurz vor zehn Sekunden noch. Persönlich zu der Frage, ich finde, jede Frage hat eigentlich eine gewisse Zulässigkeit, jede Frage hat auch immer einen suggestiven Effekt, das ist mal grundsätzlich, und sie werden wahrscheinlich trotzdem gestellt werden. Ja, und der Fragebogen soll ja auch dazu dienen, viele Fragen vorher abzuklopfen, damit man sagen kann, schau im Wiki nach, das ist gestellt worden. Aber das ist nur so, wie ich gerne sage. Also ich bleibe trotzdem dabei, dass man so eine Art Blatt erstellen sollte, wo mal ganz konkret gesagt wird, was kommt auf die Leute zu, schon im Vorfeld. Und das erscheint mir wirklich entscheidend. Da kann eine Selektion da schon stattfinden. Also ganz ehrlich, Leute, die für eine Liste kandidieren, für ein Mandat im Bundes- oder Landtag und sich nicht darauf vorbereiten, nicht dafür interessieren, was da auf sich zukommt, die sollen bitte sonst bringen gehen, aber nicht für die Liste kandidieren. Und denen auch noch dann ein Vorblatt zu machen, hier das kommt noch nicht zu, Entschuldigung, nein. Ja, also man sollte diesen Leuten das nicht herantragen und auch nicht sozusagen für sie machen, sondern entweder sie machen das selber oder sie fallen halt dann bei so einer Befragung auf und werden halt nicht gewählt auf die Liste, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob die Frage mal zwischendurch kam, aber gab es sowas wie, also wie hast du dich vorbereitet? Weil ich würde die Frage reinnehmen, wie hast du dich auf ein potenzielles Mandat vorbereitet? Und mit der Frage kann, glaube ich, ziemlich schnell, sehr gut rausgefunden werden, ob das jemand ist, der oder die sich vorbereitet hat oder nicht. Und damit, ja, danke an die Protokollantin. Ich glaube, jetzt fängt gleich drüben das Feedback an. Und sind wir mal ein Stück weiter gekommen, aber ich glaube, das Thema bleibt aktuell. Ich habe ganz gut noch eine Frage dran, die mir reingefallen ist. Ich würde doch einfach die Frage lögen aus... Ich glaube, das Thema ist, dass wir jetzt noch ein paar Fragen haben.